Lex kämpft seit Jahren gegen die Pfunde. 20 Kilo hat er bereits abgespeckt. Damit das auch so bleibt, geht der 28-Jährige am Campingplatz Strand joggen. Praktisch, dass der nur 300 Meter entfernt ist. Ich habe meine Porno-Karaoke-Bar, ich habe Kids Tour und ich bin in der Olivia-Jones-Bar. Also ich habe halt wirklich Stress und ich neige leider dazu, wenn ich Stress zu habe, nicht drüber nachzudenken, was ich esse und bei irgendeinem Lieferdienst mir eine Pizza nach Hause bestelle oder dass ich dann doch mal eine Schoki nehme. 101 Kilo ist natürlich immer noch eine gute Menge und ich habe auch immer noch Bauch und das soll halt auch nochmal weg. Ich möchte halt ungern hier aus Italien abreisen und dann irgendwie wieder 110 Kilo wiegen. Also das finde ich halt, das ist so das krasseste Bild. Wenn man das halt so nebeneinander hält, dann sieht man halt echt, da ist einiges passiert und so soll es halt nie wieder enden. Und deswegen wird jetzt halt auch im Urlaub Sport gemacht.